Sehr geehrte Damen und Herren, guten Abend. Vielleicht fragen Sie sich, was hat mir dazu gebracht, diese Episode meines Lebens öffentlich zu machen? Der Hauptgrund ist, dass ich kein Einzelfall bin, und meine Geschichte könnte als Beispiel dienen, um Lösungen zu verbessern und die Situation von Migranten zu finden. Es gibt viele Faktoren, die eine Depression verursachen. Oh, Caramba, so kann ich nicht. Ich muss mich so erschminken und nachher mein Feder mich... Mein Feder, ich lasse das nochmal. Es gibt viele Faktoren, die eine Depression verursachen. Bei mir war die fehlende soziale Unterstützung, eine völlig neue Kultur, mit zwei Kindern, als alleinerziehende Mutter, ohne richtigen Zugang zur Arbeitswelt, und mit finanziellen Problemen. Ich werde mich erlauben, mit Namen vielen Migranten zu sprechen. Es war eine große Ehre für mich. Vielen Dank. Cool, ich bin immer schneller. Ich bin immer schneller. Ich bin immer schneller. Wie lange dauert? 5 Minuten? 5 Minuten? 10 Minuten, 11 Sekunden. After the Day of K. K. KANES Festival. Kannst du es mir das? Sie haben es so, wie sie nicht hier sind. Es ist unglaublich. Ja? Ja? Wie heißt es, Maite? Aus dem Poliedro des Caracas wir uns in Miss Venezuela 2020 A verme. Ich bin der Strasse. Das ist ja. Wir filmen dieses Buch-Lounge am Anfang unserer Shoot in 2020. Naima war eine der K-Studien im Buch Biografie und Depression von Amina Trevisan. Sie beschäftigt die extent die soziale Strukture Problemen in der neuen Lande haben eine Aufmerksamkeit auf die Migranten. Es war klar für mich, dass ich ein Film mit Naima mit und erfüllen diese Frage durch sie in der ganzen Welt in der Schweiz. Es war eine große Errichtung für mich zu nehmen Naima's Perspektive auf unsere Gesellschaft und mir auf Ich hoffe, dass sie eine große audience will be infected by Naima's self-image of belonging and leave the movie theater enlightened with the film resonating for a long time to come.